Was für eine Frage! Sehr wichtig, selbstverständlich und sehr komplex. Da könnte man so ein dickes Buch darüber schreiben, was man aber kaum in ein paar Worte zusammenfassen kann. Unterstützung ist da sehr wichtig. Man muss mit dem Partner diskutieren, man muss mit dem Partner einig sein. Es ist kein Zufall, dass wir immer den Paar behandeln, also nicht nur die Frau oder den Mann, aber beide Eltern oder die zukünftigen Eltern. Weiter ist es individuell, da braucht jede Person, jedes Paar ein bisschen was anderes. Was wichtig ist, dass das ganze Team da mitarbeitet, dass sich das Paar auf der Klinik gut fühlt und dass eine komplexe Unterstützung da zur Verfügung steht, inklusive psychologischer Unterstützung, Akupunktur, Yoga und was nur das Paar braucht während der Behandlung, die normalerweise ein paar Monate dauern kann, inklusive Vorbereitung für den Transferzyklus und dann bei dem Transferzyklus, das dauert etwa drei, vier Wochen, dann die Unterstützung des Endometriums und weiteres. Während dieser Zeit müssen wir eng kooperieren und für Sie da sein.